Hallo liebe Unfälle und Zweibeiner draußen, ich hoffe es geht euch gut. Ich sitze hier mit Steppenartler Semmi auf der Flugwiese bzw. auf der Bank vor der Flughalle und zeig dir das. Wir arbeiten seit wie lange? Drei Wochen? Du wieder. Immer kommt sie mit dem Schaden lang. Seit drei Wochen, glaube ich, üben wir hier üblich mit ihr. Und wir haben uns jetzt die letzte Woche ziemlich intensiv angestrengt, dass wir langsam in Ruhe hier hochkommen. Kein Essen, also kein Futter weggelassen, nichts, sondern einfach halt über Meter für Meter. Wir arbeiten uns wirklich Meter für Meter hier hoch und es klappt immer besser. Also ihr seht es ja ganz wunderbar. Wir sitzen hier, wovor sie Angst hat, ist das Gestänge mit dem Netz da dran anscheinend, wenn sich das so im Wind bewegt. Und ja, wie gesagt, aber wir sitzen jetzt direkt davor und es ist kein Problem mehr. Ich denke mal, ich schaffe das diese Woche noch, dass Semmi da auch mit mir reingeht.